Letztes Jahr habe ich euch gezeigt die Leather Logic in Forst. Da haben wir mit dem Stack direkt gearbeitet und wir haben uns die Notation überlegt und eben auch, wie wir das dann in Forst programmieren können. Und es ist ein sehr schönes, kurzes Programm geworden. Der MC14500 war damals eine Inspiration. Und zwar war das wegen diesem Herrn hier, wegen Usagi Electric. Das ist ein YouTube-Kanal, der immer größer wird mittlerweile, was ich total lustig und schön finde. Und im Hintergrund hat er eben einen, so einen 1500er in Röhrentechnik nachgebaut. Also das ist ein gigantisches Ding, total super. Aber ich wollte sowas ja auch haben, aber nicht in der Größe, weil Heizung habe ich schon. Und ja, nostalgisch gegenüber Röhren bin ich jetzt auch nicht so. Ich glaube, das sind eher die Audio-Leute. Gut, dann hat aber Gott sei Dank der Nicola Cimino den PLC14500 gebastelt. Das ist dann so eine Europa-Platine von der Größe her. Und wir gehen das nachher noch im Detail durch, was da was ist. Aber nur, dass ihr wisst, das ist jetzt die richtige Größe. Und das habe ich dann schon viel spannender gefunden. Und so ein Brettchen habe ich mich auch besorgt. Und jetzt wiederholen wir noch ganz kurz die Leather-Logic und ein paar Details, bevor wir uns dann in die Demo stürzen und auch an der Hardware-Handanlegung uns das genauer anschauen wollen. Also, wir sehen jetzt hier links wieder das Lieblingsbeispiel von allen. Das ist der selbsthaltende Relais, auch genannte Motorsteuerung. Kurz zur Erklärung noch einmal. Dieser Schaltplan links wird quasi um 90 Grad gedreht. Und dann schaut das eben so ungefähr aus, wenn man das noch mit ASCII-Logic dann eben verwendet. Und die eckigen Sachen waren eben die Eingänge und die runden Sachen waren die Ausgänge. So, das heißt jetzt, wenn ich jetzt E1 drücke, dann mache ich hier eine Brücke, dann fließt hier der Strom, so ist das halt gedacht, bis zur Spule A1. Und dann ist A1 angezogen. Und wenn ich aber jetzt den Einschalter loslasse, dann fließt der Strom über den E2, weil das ist ein Öffner. Wir sehen hier so eine angedeutete Brücke. Und das A1 hält sich ja selbst. So, also so lesen wir solche Schaltpläne. Wenn ich jetzt E2 drücke, dann wird das hier geöffnet und ich habe keine Stromfahrt mehr zu A1. Und damit ist das Ganze dann stromlos und ich habe mein Ein-Aus, was sich aber selbst hält. Das haben wir letztes Mal auch in Forst gemacht. Und jetzt wollen wir das Ganze aber eben bis auf das 14500er Niveau runter uns überlegen. Was war nochmal dieser MC14500? Das war ein, oder ist ein, 16-Pin-IC, der ein 1-Bit-CPU ist. Und das ist total minimalistisch. Wir haben uns das Bild letztes Mal schon angeschaut. Ich war jetzt nicht nochmal genauso wie letztes Mal erklärt, sondern diesmal die Sachen, die für uns heute relevant sind. Und zwar, wir haben hier den Instruction-Eingang. Das heißt, ein Nibble gibt wirklich komplett an, was die Instruktion ist, die auszuführen ist. Mehr braucht man da nicht. Der Datenpfad, der wird dann eben extern gerechnet. Und was ich euch auch noch besonders zeigen will, ist das sogenannte Result Register. Das ist halt ein Bit in dem Fall nur. Und wenn ihr hier genau schaut, habt ihr hier, ich hoffe, ihr seht alle den roten Punkt, den ich da spazieren führe. Das ist der TOS, wenn ihr euch das überlegt. Das Result Register ist eben dieses D-Flipflop, das dann eben zurück in die LU geht. Das heißt, das Top-of-Stack ist wirklich hardwired und das finde ich total cool. Und sonst geht es dann halt in die I.O. raus. Aber nur zur Information nochmal, wir können halt eine Instruktion über einen Nibble modellieren und den Top-of-Stack können wir uns vorstellen, dass der einfach wirklich diese Schleife hier ist. Okay, irgendwer tippt da noch. Vielleicht können wir das Mikrofon da muten, das wäre schön. Aber jetzt schauen wir uns noch ein Beispiel an aus dem Manual mit dem seltsamen Assembler, den es dazu auch gibt, weil den brauchen wir jetzt gleich. Und zwar haben wir hier ein Beispiel, wo wir im Prinzip ein Und-Gatter haben, Entschuldigung, ein Oder-Gatter haben, ich bin mit dem englischen Gattern ein bisschen schlecht. Das A ist halt nicht imitiert, das B schon und geht dann zur Load. Und darunter sehen wir dann den Assembler, wie der funktioniert. A wird geladen, dann wird das OR-Komplement gemacht mit B und das Ergebnis davon wird dann gespeichert oder halt geschrieben ins Load hinein. So, und da kommt schon das erste witzige, ORG klingt ein bisschen seltsam, aber wir werden uns überlegen, NOR klingt eigentlich genauso verrückt, weil eigentlich müsste das ja oder nicht heißen und nicht NOR. Also, wenn man Klammern macht, wäre das ja okay, aber für uns als Post-Fix-Leute ist das ORG besonders verwirrend. Wir machen natürlich zuerst das Komplement, wie wir es hier in der Schaltung sehen und dann erst das OR, okay? Und das erlaubt uns eben, dass dieser Prozessor überhaupt keinen Inwertbefehl braucht, weil er halt AND, C und OR, C hat für sowas. Gut. Damit haben wir jetzt schon genug uns wiederholt vom letzten Mal und jetzt stürzen wir uns gleich ins Neue. Das ist die Force-Notation vom letzten Mal. Das war der Anfang der Linie, wenn man so will. Und dann haben wir uns die Striche dazwischen gespart, weil in Force haben wir Spaces-Separator. Wir stellen uns einfach vor, dass hier die Linie verbunden ist und hier haben wir einen invertierten Eingang und dann haben wir hier eben den Ausgang zu Out0. Und was passiert da jetzt im Assembler? So, jetzt kommt gleich mal das Erste, wo wir uns ein bisschen die Haare raufen werden. Und zwar das ORG-RR. Ich habe euch ja vorher gezeigt, dass dieses Register direkt zurückschreibt in die LU. Das heißt, wir haben schon mal, wenn wir jetzt ORG-RR machen, dann wissen wir, dass wir das Result-Register mit dem Nicht-von-sich-selbst verodern. Das heißt, das im Prinzip legt mir ein True auf den Stack. Und mein Stack ist halt nur ein Bit tief im Moment. Und ist halt nur das Result-Register. Jetzt machen wir dann eben eine Invertierung. Das machen wir mit AND-C. Warum machen wir AND? Naja, weil in einer Zeile ist es eigentlich immer ein UND. Und wenn es mehrere Zeilen sind, dann sind die halt verodert bis zu dem Knotenpunkt. So, jetzt ist das Result-Register eben das Gegenteil von IN1. Und das speichern wir jetzt in OUT1. Okay, ich hoffe, das ist soweit klar. Jetzt, wo wir uns bewaffnet haben, damit das ORG-RR in Wirklichkeit true ist, ist das hoffentlich schon ein bisschen einfacher. Und jetzt sehen wir auch, dass das normale UND, das liest sich jetzt schon wieder noch ein bisschen letzter. Und zwar, ich habe mein True auf dem Stack. Und eben genauso wie in der Forst-Implementierung, verundere ich das zuerst mit dem IN1, dann mit dem IN2 und dann schreibe ich ins OUT1 hinaus. So, und jetzt haben wir noch das ORG. Und das ist jetzt wieder ein bisschen spannender, wie das funktioniert. Erstens einmal habe ich es umgedreht. Wir wollen halt die Junction ganz unten haben. Aber in Forst sind wir das ja gewöhnt, dass wir alles oft verkehrt machen. Also wir hätten gerne vorher alle Sachen und dann hätten wir das ORG. Das heißt, wir haben unser True, das wir auf den Stack legen. Dann haben wir hier ganz normal wieder unser invertiertes, ja, das ist IN3, da habe ich mich vertippt, sorry. Und das war nur nochmal, um zu zeigen, zur Erinnerung, wir können dann davor oder danach invertieren, haben wir gesagt. Je nachdem, weil in Forst wäre das vielleicht so hübscher für uns zu lesen. Also, wir haben jetzt den invertierten Wert von IN3 und den speichern wir jetzt in SPR6. Was ist denn das für ein Blödsinn? Also SPR6, das schauen wir uns dann am Board nochmal genauer an. Dieses Board hat nämlich 8 Eingänge, 8 Ausgänge und 7 Scratchpad RAM Bits. Also das ganze RAM besteht aus 7 Bit. Damit kann man richtig viel machen. Und weil wir halt auch das RAM verwenden müssen, weil wir haben ja jetzt tatsächlich, wir müssen jetzt einen Push machen. Ihr könnt euch das jetzt so wie einen Push vorstellen. Ich schiebe das eben auf mein SPR6, damit ich in der nächsten Zeile wieder mit True anfangen kann, die ganze nächste Zeile abarbeite. In dem Fall ist das nur ein Und in 4. Und jetzt verodere ich das mit meinem RAM-Wert und speichere das Ganze in Out4. Für alle, die zu Hause mitmachen wollen, ihr könnt euch jetzt überlegen, wenn ihr jetzt dann 3 oder Pfade habt, dann hättet ihr halt dazwischen noch, ich glaube, das ist noch ein Low dazwischen oder ein Org. Also es sind dann zwei Befehle. Das ist das Or und das Sto, sowas. Genau, also würde ich jetzt hier noch eines dazwischen haben, müsste ich Or und Sto machen. Okay, gut. Jetzt schauen wir uns das Board ein bisschen genauer an, wie das ausschaut. Ich zeige es euch zuerst virtuell am Bildschirm, weil vielleicht spiegelt das ein bisschen zu sehr oder es blinkt ja dann auch alles und hier können wir uns besser konzentrieren, hoffentlich noch. Es gibt jede Menge LEDs. Gehen wir vielleicht einmal die einfachen durch, die wir nicht brauchen, damit sie euch nicht ablenken nachher. Die hier oben, diese 5, die sagen im Prinzip nur, wie die Schalter gestellt sind. Also wann ist der Clockimpuls? Haben wir High- oder Low-Speed? Sind wir im Run- oder im Step-Modus? Mehr ist es nicht. Unten wird es schon interessanter. Das sind tatsächlich die Ausgänge von der CPU. Da haben wir den Jump-Befehl, den Result-Register, das einfach nur der Werte angezeigt wird und eben das Write-Strope. Jump ist jetzt hier in der Zeile ein bisschen witzig implementiert, weil wir haben hier auch einen RAM, in dem halt der ganze Code liegt und das Einzige, was jetzt Jump macht, ist, es setzt den Program-Counter, der halt die RAM-Adresse bestimmt, auf 0. Man könnte das Komplizierte auch machen und die komplizierteren 14500-Systeme wurden auch komplexer gebaut und hatten dann mehrere Jumps. Da kann man zum Beispiel ein zweites E-Pro nehmen, was dann einfach die Jump-Adresse jeweils hat und dann würde man diese Adresse in den PC laden, statt auf 0. Bei uns geht es auf 0. Darunter haben wir dann dieses Brr, das haben wir gerade gelesen, das geht von 0 bis 6 und das ist, jetzt ist die Frage, wo ist denn der 7er? Ja, der 7er ist, das ist das Coole an der Revision von Bord, ich habe die V3. Der 7er ist eben das Result-Register noch einmal zum Einlesen. Der erlaubt uns quasi diesen Org-Befehl. Sonst müssten wir irgendeinen Input auf 1 annageln oder uns irgendwelche Akrobatik überlegen mit dem Adressraum, der halt auch nur 4-Bit hat. Deswegen diese geniale Entscheidung, einfach das Bit Nummer 7, also das 8e Bit, auf RR zu geben. So, und wo ihr euch besonders konzentrieren wollt, vielleicht ist diese Zeile hier dann, das ist nämlich Data, steht zwar hier, das ist der Wert, der aus dem Rahmen gelesen wird, die unteren, das untere Nibel gibt die Instruktion an, das obere, die I.O. Gut, ganz oben sehen wir dann noch die Adresse, Outputs sind rechts, Inputs sind links und Input 7 und Output 7 sind ein bisschen besonders, weil das ist eben ein Timer, da ist ein 5.5.5 dran. Das heißt, Output 7 aktiviert mir den Timer 0 hier, der dann auf In 7 zum Lesen ist. Wenn bis jetzt irgendwas ganz unklar ist, dann bitte jetzt schreien, weil es wird gleich noch schlimmer. Okay, okay, alle noch da, ausgezeichnet. Dann versuchen wir jetzt, was zu tun mit echter Hardware. So, wie mache ich das jetzt für euch, damit ihr hier mitschauen könnt? Ich mache es mal zuerst für Twitch. Die wollen nämlich die Kamera sehen. Ja. Und ihr wollt, ah, ihr seht ja, genau, ihr könnt einfach mein Kamerabild groß machen, bitte. Da seht ihr dann, wie mit den Leuchtdioden arbeiten. Das Programmieren kann ich euch auch zeigen. Wir machen das überhaupt vielleicht so. Ich werde einfach diesen Bildschirm hier komplett sharen. Eine Sekunde, bitte. Ja, welcher ist der richtige? Screen 1, 2 oder 3? Gut, wir haben den Infinite Mirror. Das schaut gut aus. Das kennt ihr ja schon. Gut, machen wir das hier mal groß. Was sehen wir jetzt hier? Hier läuft jetzt ein ganz langsames Programm ab. Und was das für ein Programm ist, das schalte ich jetzt kurz hin um. Da schauen wir uns jetzt einmal hier an, was hier passiert. Und zwar haben wir hier unser True am Anfang. Dann haben wir unser Out 4, was einfach gesetzt wird. Das heißt, wir machen hier sehr, sehr wenig in Wirklichkeit. Aber wir schummeln ein bisschen, weil ich zeige euch jetzt ganz kurz die Ladder-Implementierung. Und wenn wir hier schauen, der Startwert, der macht ein bisschen was komisches. Und zwar macht er ein Org vom Result-Register, damit er True drinstehen hat. Und dann schaltet er die Inputs und Outputs ein. Das heißt, die ersten vier Befehle, Moment, machen wir mal hier Stepping, Reset. So, und wenn wir jetzt hier der Reihe nach durchgehen, sehen wir halt, der erste Befehl ist jetzt eben 6, 7. Also das ist quasi mein oder Komplement mit Salt-Register. 7 eben, weil das der Output Nummer 7 ist hier. Und dann müssen wir, ich gehe jetzt nicht mit euch, jedes Bit muss da durch. Das wäre jetzt dieser Interrupt Enable. Aber ich komme gerade drauf, dass das jetzt die Leute auf Twitch vielleicht nicht sehen. Dann mache ich vielleicht doch lieber Left and Me. Genau. Müssen wir halt hin und her schalten oder so. Ja. Gut, also das ist jetzt der erste Befehl. Genau, der Input Enable, Output Enable. Und jetzt eigentlich müsste dann, glaube ich, schon als nächstes der Schreibbefehl kommen. Und mein Out 4 ist auf 1 gesprungen. Ja. Wie gesagt, wenn man dann wirklich sich mit den Bitmustern länger beschäftigt, womit ich euch jetzt wirklich nicht quälen will, dann sieht man sehr gut, dass man den Opcode sehen kann, die ganzen Register, sich da anschauen kann dazu. Und was mir halt besonders viel Spaß macht, ist das Ganze eben mit der Letterlogic zu programmieren. Weil es ist zwar witzig, das so zu machen, aber wenn wir jetzt diesen Code hier vergleichen mit zum Beispiel demselben Code für Assembler, dann seht ihr schon, das Schöne ist eben hier, wir können den Datenpfad sehen. Normalerweise beim Programmieren sehen wir sehr gut den Kontrollpfad, aber nicht immer den Datenpfad, der ist oft versteckt beim Programmieren. Und hier ist der wirklich sichtbar, weil im Prinzip das hier ist auch gut zum Lesen. Na gut, das wäre jetzt in 4 und in 0. Wir würden das eben jetzt mit einem, unser konkretes Programm wäre jetzt so etwas wie org, Result Register und dann Out 4 und dann Out 4. Das wäre halt, was wir uns jetzt hier angeschaut haben. Und dann am Schluss der Jump eben. So. Und jetzt möchte ich euch ein interessanteres Beispiel zeigen, nämlich unseren Motor. und zwar funktioniert das jetzt so. Wir können ja, wir haben ja noch immer Force unter der Haube. Das ist ja recht praktisch, gell? Und dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, diese Ein- und Ausgänge zu benennen, was natürlich viel mehr Sinn macht, als die in 0 und so weiter zu nennen. Das heißt, in 0 machen wir jetzt Start, Stopp ist auf in 2, ich zeige das dann auch extra her auf der Platine, was da was ist davon und Overheat ist in 3. Und wir haben auch einen Motormerker. Merker heißen in der PLC-Programmierung Bits oder auch größere Datendinger, die halt den Wert erhalten von selber, also RAM-Teile. Motor 0 ist dann der Ausgang. So, was wir jetzt hier sehen, das ist im Prinzip unser Latching Relay, diese zwei Zeilen hier. Und zwar, was mache ich hier? Ich habe hier den Start, das wird dann verodert mit dem Motormerker und dann habe ich hier drinnen der Stopp, wir könnten es auch nach vorne schieben, aber ich habe den Stopp halt dominant gemacht, das heißt, wenn ich Start und Stopp gleichzeitig drücke, funktioniert das halt nicht und das setzt dann eben den Motormerker. Warum den Motormerker? Warum nicht den Ausgang? Das ist, weil dieses Board so primitiv ist, dass es wirklich mit diesen 16 möglichen Eingängen eben die Ausgänge nicht abfragen kann. Das braucht es für andere I.O. Sachen. Also schreiben wir den Motormerker und dann schreiben wir den Motormerker mit der Identity-Funktion, das habt ihr vorher schon gesehen. Wir haben hier einfach den Motormerker als Eingang, schreiben damit den Motor und fertig. So, und das wollen wir jetzt kurz raufladen und das machen wir, indem wir jetzt hier Leather Force schreiben. Nein, nicht Leather, sorry, Motor. Wir müssen es richtig tippen, wird es auch funktionieren hoffentlich. Jetzt hat das hier kurz geblinkt. Ich schalte nochmal zurück jetzt auf das andere Ding. Also wir haben das jetzt gesehen, wie es geladen wurde. Ich schalte einfach mal das Ganze auf schnell und los geht's. Und jetzt wollen wir wieder sehen, wie es funktioniert. Wir machen mal den Reset und wenn ich jetzt hier auf In 0, also auf Start drücke, dann sollte ich hier mein Out 0 angehen und wir sehen auch, solange ich drücke, das ist der Motormerker, wenn ihr euch erinnert. Entschuldigung, nein, das ist das Result-Register für das Oder. Das war das. Motormerker ist natürlich der Merker 0, haben wir ja voll definiert. So, wenn ich es ausschalten will, dann kann ich auf In 1 drücken. Und jetzt haben wir aber diese coole Funktion mit dem Overheat noch gehabt, die ich vielleicht gelesen habe, aber noch nicht erklärt habe. Und hier sehen wir eben, wenn Overheat ist, dann wollen wir den Timer aktivieren. Aber das macht jetzt noch nichts. Ich habe es noch nicht eingebaut. Und das Schöne ist eben, wie gesagt, man sieht halt den Code-Pfad so schön. Wir bauen jetzt einfach hier ein, Timer 0 darf halt nicht aktiv sein. Das heißt, wenn der Motor überhitzt, soll halt für eine gewisse Zeit das Ganze auch wirklich aus sein. So, jetzt laden wir das nochmal rauf. Ja, und der heißt natürlich Timer und nicht Timer 0, weil so viele gibt es nicht. So, und das ist auch das ganze Programm, was ihr hier seht, die 19 Bytes. Mehr ist das nicht. Und wenn wir jetzt wieder zurückschalten, dann sollten wir jetzt die Möglichkeit haben, auf Einzuschalten. Und wenn ich jetzt auf den Knopf hier drücke, dann ist hier jetzt das In 7 aktiv. Das ist das Overheat. und während der jetzt aktiv ist, kann ich auch nicht mehr einschalten. Erst jetzt kann ich ihn wieder einschalten. Das heißt, man kann hier auch sehr schnell die Sicherheit seiner Schaltung visualisieren. Ob ich alles richtig gemacht habe, ob ich irgendwelche Fehler im Code habe und so weiter. Ja, gut. Und damit denke ich, lasst mich noch kurz schauen, ob ich was vergessen habe, aber ich fürchte fast, nein, das ist das Ende meiner Präsentation. Das wollte ich euch im Prinzip zeigen. Also wir können jetzt ein 1-Bit-CPU mit Force programmieren und in Ladder-Logic und das Ganze mit ganz, ganz wenig Code. Und wie die Leute das interessiert, das Ganze ist auf GitHub zum Anschauen. Ja, Fragen? Ja, das ist ewig lange her, aber ich frage mich zu erinnern, dass dieser Prozessor so eine Skip-Funktionalität hat und gar kein Jump. Kann das sein? Der hatte beides, was dich richtig erinnert oder halbrichtig. Also er hat das Jump, was er eben benutzt, um ein Output zu setzen und das Skip kannst du verwenden, um die nächste Instruktion nicht zu verwenden. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Wert setzen willst, dann schreibst du ein Skip und danach ein Sto. Und das heißt jetzt, wenn jetzt vor dem Skip das Regulterregister 1 war, dann wird nicht das Sto ausgeführt. Und nicht gespeichert dann. Genau, so kannst du setzen und zurücksetzen. Das war das Skip. Und wie kommt das Programm auf deine Platine da? Ah, das zeige ich vielleicht noch. Das ist nämlich geschummelt. Das ist nicht meine Platine. Achtung, die ist bitte von diesem, ähm, ich habe jetzt seinen Namen vergessen gerade. Ich habe aber gekauft, das ja schon. Gekauft habe ich sie. Ja, ja, Entschuldigung, genau, also. Ich wollte da nur mit fremden Federn schmücken. Der hat den einfachen Weg gewählt und hier hinten einen Arduino draufgeklebt. Ja, ähm, finde ich jetzt aber nicht schlimm, weil das Lustige ist. Er hat auch gemeint, es ist extra deswegen hinten, weil es nichts zur Funktion beiträgt, außer das Rahmen selbst zu schreiben und dann nimmt es sich komplett raus. Das macht also gar nichts im Code. Das wüsste ich auch nicht, wie das sonst gehen sollte, ohne sich verrückt zu machen. Ja, du könntest ja das Rahmen emulieren, habe ich mir vorher gedacht, dass sie das gemacht haben. Ja, aber das haben sie Gott sei Dank nicht gemacht. Er hat das wirklich, er schreibt das Rahmen und du kannst, im Rente-Retwisch kannst du den einfach abstecken, nachher, wenn du willst. Das Motocoll ist eben auch wirklich schön, du ladest halt nur die Bytes rüber und er ist glücklich. Also da gibt es kein Header und nichts. Und das Programm Ende, muss ich jetzt nochmal fragen, ach so, das war dein Jump wieder auf Null. Das ist der Jump am Ende des ganzen Dings, dann, ähm, genau, der in dem Klammer End drinnen steckt auch, ja. Du kannst doch das Jump in der Mitte machen mit einem Skip. Entschuldigung, Anton? Okay, als nächstes kommt die nächste Frage von Ulrich Hoffmann. Ja, genau. Jetzt habe ich eine SPS, die da Dinge macht und die ist ja auch cool zu programmieren. Der Vorteil ist, dass es echtzeitfähig ist. Ist das mit modernen Mikrocontrollern in irgendeiner Weise konkurrenzfähig noch oder ist das jetzt einfach ein, es geht minimal und man kann irgendwas berechnen? Also was ich jetzt hier gemacht habe, ist tatsächlich zur Unterhaltung und zum Spaß, ja, aber eine SPS ist gar nicht zum Spaß, das sind tatsächlich, das sind glaube ich bis heute noch eigene ASICs und was bei einer SPS ja ganz besonders ist, was man nicht vergessen darf, es ist ja ein fixer Zyklus und du hast immer Eingänge lesen, Prozess verarbeiten, Ausgänge schreiben, auf das kannst du dich verlassen und das kannst du in einem normalen Programm halt nicht, gell? Also ich würde schon sagen, das ist gerade, man kann das jetzt hat wir ja nachbilden, nicht? Aber, ja und die Zykluszeiten von, ich weiß nicht mal, von modernen SPSen sind die noch, sind die wirklich schnell? Ja, schon. Oder, ja. Also ich will mich auch nicht wundern, wie moderne SPS dann doch einen Arm verwenden, aber einfach alles zertifiziert haben von oben bis unten. ja, ja, Ich weiß nur, manche Simantek, glaube ich, die haben wirklich noch die eigenen ASICs drin stecken. Nächste Frage von Philipp Zimbrot. Ich wollte nur nochmal sicherstellen, dass ich das richtig verstanden habe. Das ist im Prinzip eine Harvard-Architektur mit einem 8-Bit-breiten Instruktionspfad und einem 1-Bit-breiten Datenpfad. Ist das richtig? Oh, das ist ein bisschen komplizierter. Du musst, das stellst dir noch einfacher vor. Du hast im Prinzip, warte, ich mache nochmal die eine Folie auf, die das gut anzeigt, mit der, hier, das ist die Folie. Wenn du nämlich genau schaust, siehst du, dass da nicht einmal ein Program Counter dabei ist. Ja? Und zwar ist das so, der Program Counter ist tatsächlich extern, das ist ein Counting-IC. Und mit der Jump, und dieser Jump-Pin hier, der Pin Nummer 12, hängt einfach auf dessen Reset. Das heißt, Harvard Architektur, ja, du hast das komplett getrennt, die beiden Seiten, weil der Datenpfad komplett extra ist. Aber es ist wirklich so, dass 4-Bit kommen hier hinein, die einfach nichts anderes tun, als selektieren, welche, wie die LU sich verhalten soll, und welche Flags gesetzt werden sollen. Und dann hast du noch extra die anderen 4-Bit, die dann wirklich hardwaremäßig verschalten werden, wie du willst. Du kannst da mal den Jörg fragen, der hatte mal einen größeren Rechner auch. Du kannst damit auch größere Rechner, die auch arithmetisch rechnen können, aufbauen. Weil der Trick ist der, dadurch, dass dein Program Counter extern ist, kannst du machen, was du willst. Also zum Beispiel kannst du eine komplizierte State Machine bauen, wo du halt, wenn du einen Jump-Befehl hast, wo da die Flag gesetzt wird, liest du 3-Bit der Reihe nach aus, in deinen Program Counter, und das ist jetzt deine neue Adresse. Also das ist dir als Entwickler überlassen, wie du den Programmpfad machst komplett. Und es ist auch wirklich so, also heute würde ich sagen, das ist Hardware-Software-Codesign gewesen damals. Nur in den, schieß mich tot, späten 70er, frühe 80er behaupte ich jetzt da mal. Ich müsste nachschauen, wann der genau rausgekommen ist. Das wisst ihr wahrscheinlich besser. Jörg, weißt du, wann der rausgekommen ist? Oder wann du den vielleicht gehabt hast? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich weiß aber, dass mir die Unterlagen gerade kürzlich beim Aufräumen untergekommen sind. Also das war mal in irgendeinem Elektroartikel, war das mal drin, und ich habe mich damals bei meinem Aufbau auch an diesen Artikel gehalten. Ja. Aber so an die kleinen Details, das ist dann doch zu lange her. Also das muss, ich glaube, da war ich jetzt. Also zum Beispiel, was du auch machen könntest, du hast eben auch hier noch den Flag 0 und den Flag F, also das sind sehr verschiedene Befehle für Nobs, ja, und du könntest die bei den Flags aber einfach verwenden, um was anderes zu tun. Also du könntest drei fixe Jumps haben. Jump setzt dir einen Wert auf 0, zum Beispiel, den Program Counter, und 0 und F setzt sie auf andere Werte. Das machst wirklich du, ja. Also im Prinzip, mit einem anderen mentalen Modell nehme ich das sozusagen als meine halbe Instruktionsarchitektur. Ja. Die andere Hälfte sozusagen, den Programmablauf, den verdrahte ich mir. Ja, ja, genau. Mit diesen drei, mit diesen drei, vier Wits und meinem Programm Counter. Mhm. Und, aber danach habe ich dann im Prinzip sowas Harvard-artiges. Aber es hindert dich niemand daran, das mit von Neumann zu machen. Du kannst dir genauso die Write-Befehle wieder verwenden, um ins Rahmen zu schreiben. Deswegen, weißt du, du kannst dir dann das Rahmen auch exekutieren. Also das ist wirklich das, mich fasziniert an diesem Prozessor, dass das so watscheneinfach ist, dass du alles damit machen kannst. Okay, got it. Mit dem, klar, mit dem Write kann ich, kann ich ins Ramm schreiben, dann, ja, okay. Ja, also es ist eher, dass deine Fantasie dich dabei aufhält, was du tun willst. Und das Manual hat sehr viele gute Beispiele drinnen. Wo wohnt der Stack? Den musst du selbst machen. Ah ja. Also deswegen, Hardware-Stack hast du, den TOS hast du hier und ich habe eben dann einen 1-Bit-Tiefen-Stack gemacht, dass du halt noch diesen Next-Off-Stack, Next-Off-Stack auf dem Bit Nummer 6 hast. Okay. Können wir uns aber gerne im Workshop genauer anschauen, wenn es dich interessiert, mit dem Assembler. Danke, danke. Wir hätten noch Zeit für eine kurze Frage. Ich habe noch eine Anmerkung. Der Raphael Deliano hat diesen Chip in einem Artikel beschrieben, in der VAUD übrigens. Ist schon ein bisschen her, ist ein paar Ausgaben her und da kommen auch andere interessante ICs vor aus dieser Ära. Da könnte auch noch mal das zeitlich eingeordnet sein, wenn ihr da noch mal reinschauen wollt. Okay.